Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video soll es um das Bitcoin-Café in Prag gehen und den Hacker-Kongress. Viel Spaß beim Video. Ja, ich war kürzlich mit meiner Freundin Debbie im Urlaub in Prag und das ist eine wundervolle Stadt. Und ich habe auch direkt mal geschaut, was es da so aus der Kryptowelt alles gibt in Prag. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, hat Prag in Prag da eigentlich sehr wenig Anwendungen, wo man sagen kann, ja, in dem oder dem Laden kann ich jetzt mit meinen Kryptowährungen bezahlen. Also das verhält sich da eigentlich genauso wie hier auch. Was ich aber dann gefunden habe, ist das Bitcoin-Café und ja, da haben wir dann auch an einem Tag mal einen Abstecher hingemacht und haben uns das Ganze mal angesehen. Und ich glaube, das ist eben auch einer dieser Punkte, wo Prag uns, oder ich sage mal Tschechien vielleicht an der Stelle uns ein bisschen voraus ist, dass es dort eben Bitcoin-ATMs gibt, also Bitcoin-Automaten, an denen man mit Bargeld einfach Bitcoin beziehen kann oder andere Kryptowährungen, wie auch immer, was auch immer da gerade so angeboten wird. Funktioniert ja soweit in Deutschland auch nicht und ich glaube, das ist, wie gesagt, etwas, was wir eigentlich brauchen, um diese ganze Kryptothematik auch in der breiten Masse so ein bisschen nach vorne zu bringen. Naja, ich habe da auch ein paar Bilder gemacht und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das hier zum Beispiel ist das Café selber. Da sieht man schon, die haben hier, fand ich eigentlich ganz cool gemacht, das ist alles so Pappmaché. Das sind so Pappmaché-Ständer, wo einfach so eine Platte drauf liegt. Das Café ist schick eingerichtet. Gibt leckeren Kaffee da, machen sie dir dann so ein Blättchen oder so als Bild auf den Kaffee drauf und so. Also es ist echt ganz cool. Hier habe ich, die Person habe ich hier ausgegraut, denn es ist so, dass dort eigentlich Kamerverbot herrscht. Hier könnt ihr das mal sehen. Hier ist der Kaffee und hier auch, was ich gerade sagte, so eine Blattform da in dem Milchschaum. Ja und hier sieht man ganz klar eigentlich Kamerverbot. Aber ich habe gefragt und das war in Ordnung und dementsprechend habe ich mir gedacht, mache ich mal ein paar Bilder. An dieser Stelle zum Beispiel sieht man, also die haben da in dem Laden auf dem Bild, kann ich euch auch mal kurz zeigen, hier jetzt links stehen diverse 3D-Drucker und die scheinen da auch einfach so ein bisschen zu basteln in dem Laden und haben sich hier aus den 3D-Druckern, dann kann es hier oben so ein bisschen sehen, aus diesen Schreibeköpfen, haben sie sich eine ganz andere Art Drucker gebaut und zwar wird hier an diesen beiden Motoren die Kordel eben je nachdem gezogen, also je nach Bild, was man da hinterlegt und daraus wird dann eben hier mit diesen Gewichten, liegt diese Scheibe auf mit einem Stift drin und die zeichnet dann eben dieses Bild. Also es ist komplett vom Computer gezeichnet, eigentlich eine echt coole Sache. Sowas scheinen die dort auch zu machen, fand ich auf jeden Fall ganz gut und das hier musste ich auch unbedingt fotografieren, weil ich es einfach lustig fand, dass hier Sticker von Bitconnect noch rumliegen. Ich weiß nicht, ob sie alt sind oder ob es ein Spaß ist, grundsätzlich schienen die Leute mir da jetzt nicht sehr unerfahren in dem Laden. Ja, hier haben wir noch einen Chart gehabt, der da live lief und auch einen Cola-Automaten bzw. einen Getränke-Automat, wo man mit Kryptowährungen bezahlen kann. Ja, so sieht so ein Bitcoin-Automat aus. Ist auch für mich das erste Mal gewesen, dass ich so ein Gerät überhaupt benutzt habe. Man kann sich das Ganze so vorstellen, also hier an der Stelle wurde BTC, LTC, Dash und XMR, also Monero, angeboten. Man sagt halt, was man kaufen möchte davon, gibt dann die Menge ein bzw. hält dann hier seine Wallet vor und also so ein QR auf dem Handy und an diese Adresse wird es dann verschickt, das Geld, was man hier als Schein reinschiebt. Andersherum kann man auch genauso seine Kryptos hier verkaufen und dann kommen hier die Geldscheine rausgeflattert. So ungefähr funktioniert das. Und die hatten halt da so ein paar QR-Codes an der Wand. Da konnte man dann einfach oder wurde man auf den App-Store verlinkt, eben mit den jeweiligen Wallets. Ja, und da komme ich auch direkt zum Punkt, denn ich habe das Ganze dort mit Litecoin gemacht, weil, und das wissen ja, denke ich, auch die meisten Transaktionen beim Bitcoin doch relativ lange dauern können. Selbst bei Litecoin hat es 5, 6 Minuten gedauert, bis die Transaktion oder die erste Bestätigung da war und ich quasi, oder da war es so, nach der ersten Bestätigung konnte ich dann mit meinen Litecoins bezahlen. Und da ist jetzt der Punkt, ich musste 5, 6 Minuten auf die erste Bestätigung warten. Und das liegt ja auch einfach daran, man könnte ja auch rein theoretisch seine Transaktion noch abbrechen. Und als ich dann mit den Litecoins bezahlt habe, die haben dann in einer Kasse so ein Gerät, auch da wird ein QR-Code einfach ausgelesen, da sagt man hier, Transaktionen will er machen, hältst du das Handy dran mit der Wallet und dann wird die Transaktion bestätigt. Und das Gerät hat instant, als ich das Handy dran gehalten habe, sofort gepiept, jo, hier ist bezahlt und mein Kaffee war bezahlt. Ja, und an der Stelle habe ich dann mich eben gewundert, ja gut, da ist natürlich dann aber noch keine Transaktionsbestätigung hinter. Was wäre denn, wenn ich rein theoretisch jetzt hingehen würde und diese Transaktion abbrechen würde? So, und da sehe ich ein Riesenproblem. Ich habe mich danach mit einer Person draußen unterhalten, der ist auch IT-Projektmanager, arbeitet in Prag und hat auch noch ein paar mehr Sachen erzählt, da wollte ich gleich auch noch drauf hinaus, aber der sagte dann, ja gut, bei so einem 2-Euro-Kaffee, 2-Dollar-Kaffee ist das ja jetzt nicht so wild, wenn mal jemand das wirklich machen würde. Ich denke aber, andersherum wollen wir genau das ja irgendwann aktiv nutzen. Und jetzt stellt euch vor, ihr geht einen Fernseher kaufen im Mediamarkt oder sonst irgendwas und würdet eine 700-Euro-Transaktion oder noch mehr eben abbrechen, nachdem ihr da wart. Und andersherum würde das aber auch bedeuten, dass es sein kann, dass ihr da 10 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde warten müsst, bis eure Transaktion bestätigt ist und ihr mit eurer Ware nach Hause gehen könnt. Und das ist ja wohl nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte eigentlich. So denke ich mir das. Also denke ich, an dieser Stelle fehlt uns eigentlich noch viel. Also jetzt, alles in der Theorie, passt das alles. Ja, das ist super. Man geht in den Laden, kann sich direkt an dem Automaten sein Bargeld in Kryptos umtauschen, kann mit den Kryptos dort einen Kaffee beziehen und auch der Kaffee direkt bezahlt. Aber ich glaube, wenn man das mal weiterspint, in vielen anderen Anwendungsfällen könnte es auf jeden Fall problematisch werden. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich ein Auto kaufen gehe, dann dauert dieser ganze Vorgang eh länger. Da kann man dann auch mal eine halbe Stunde auf die Transaktionsbestätigung warten. Aber was ist wirklich im Alltag? Ich gehe los, kaufe mir drei Bananen, zwei Äpfel und für eine Party fünf Aufbackpizzen und eine Cola. Dann sind das, was ich 30 Euro. Wäre ziemlich einfach, da hinzugehen, zu sagen, jo, ist paid. Und dann gehe ich nach draußen und habe vielleicht ein fertig geschriebenes Skript, was einfach meine letzte Transaktion wieder abbricht. Und dann gehe ich und habe nichts bezahlt dafür. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Denn andersherum will auch keiner dann eine halbe Stunde im Laden stehen und warten, bis es bestätigt ist, um den Laden verlassen zu dürfen. Dementsprechend, ja, doch, da gibt es eigentlich noch ein Riesenproblem im Anwendungsfall. Und das sind die Transaktionsbestätigungen. Das sehe ich so. Wenn ihr eine Idee habt, wie das anders geregelt sein sollte oder wie das anders funktioniert, sagt es mir. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendeinen Mechanismus gibt, der davor schützt. Das aber erstmal dazu. Ansonsten nochmal, um auf das Bitcoin-Café in Prag zurückzukommen, ist es auf jeden Fall lohnenswert, da mal hinzufahren. Sich das alles anzugucken. Aber es ist auch lohnenswert, mal zu gucken, wann deren Events so sind. Und zwar waren wir genau eine Woche zu später. Denn eine Woche zuvor war dort ein Hacker-Kongress. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich mal schauen, dass wir genau in dieser Woche da hinfahren. Der geht nämlich zwei Tage oder drei Tage. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht das aus. Das ist das HCPP. PP für den Namen des Bitcoin-Cafés, des Parallel-Ni-Polis. Ja, und das war der Hacker-Kongress 2018. Und ihr müsst euch mal angucken, wer da so bei war. Da sind Leute, hier, Bitcoin-Core-Developer, der CEO vom Blockchain-Lab und, und, und. Das ist der Wahnsinn. Dann, ähm, die Person, mit der ich mich da vor dem Laden unterhalten hat, der sagte, das waren, das waren über 300 Teilnehmer, die in dem Café waren. Die haben wohl hinten noch Räumlichkeiten. Über 300 Teilnehmer. Und, ähm, er sagt, zum Teil waren das Hacker. Die sind sogar vermummt dahin gekommen und haben sich nicht mal gezeigt. Ja. Ich habe sowas schon mal gehört von der Defcon und so, dass da, äh, durchaus Leute sind, die, sag ich mal, auch vielleicht manchmal so ein bisschen in Richtung Autismus gehen und, äh, an sowas arbeiten. Aber das muss super spannend gewesen sein. Und ich finde es ein bisschen schade, äh, die Woche zu spät da gewesen zu sein. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich nächstes Jahr da mal hinfahre und mir das mal angucke. Äh, werden mit Sicherheit interessante Sachen besprochen und interessante Sachen zu erfahren. Und, ja, auch ihr könnt ja mal vorbeischauen, wenn ihr in Prag seid. Guckt euch das an. Ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Ja, das war es eigentlich mit dem, äh, oder für dem, äh, oder zum heutigen Video. Ähm, ja, was bleibt halt da zu sagen? Ähm, Kryptowährungen, mehr Anwendungen in der Öffentlichkeit, super notwendig. Aber es hapert auch einfach noch an der Umsetzung. Ja, wir sind einfach noch nicht so weit. Wir sind noch im absoluten frühen Stadium. Und das muss sich alles eigentlich erst nochmal ein bisschen entwickeln. Und bis das soweit ist, denke ich, brauchen wir auch in Deutschland erstmal sowas wie Bitcoin-Automaten und so weiter und so fort. Ähm, man merkt erstmal in so einem realen Anwendungsfall, wie weit wir doch in Wirklichkeit noch von so einer Umsetzung der breiten Masse entfernt sind. Ja, das war es zum Video. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.